Hey, hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, wie so eine Behandlung bei uns bei B-Plus-Zahnärzten sendend abläuft und was du als Patient erwarten kannst? Dann bleib erst dran, heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Denn heute in dieser Folge soll es darum gehen, dass dir eine echte Patientin aus unserem Patientenbestand einmal berichtet, wie ihre Behandlung bei uns verlaufen ist, wie sie zu uns gekommen ist und wie sie mit dem Ergebnis zufrieden ist. Ja, und jetzt sitzen wir hier bei uns in der Lounge auf der Couch, neben mir unsere Patientin Jennifer, die sich bei uns vor kurzem hat behandeln lassen und die euch gleich von ihrer Erfahrung von der Behandlung bei uns in der Praxis berichten wird. Ja, also ich habe mir letztes Jahr im Sommer die Zähne überkronen lassen bei einem anderen Zahnarzt, bei dem ich auch schon jahrelang in Behandlung war. Ich wollte eigentlich eine Lösung für meine Frontzähne, wo mir der Zahnarzt direkt empfohlen hat, Kronen zu machen, wo ich eigentlich der Meinung war, man hätte vielleicht auch einen anderen Weg einschlagen können, aber ich habe mich damals noch nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe dem Zahnarzt halt auch vertraut und bin den Weg dann auch eingeschlagen bei ihm und habe mir sechs Frontzahn-Kronen machen lassen und war mit dem Endergebnis total unzufrieden. Also da hat wirklich gar nichts gestimmt, so wie es hätte sein sollen. Hätte ich mit dem Endergebnis vorher leben müssen, wäre das schwer geworden, weil damit hätte ich mich nicht zufrieden gegeben. Also ich bin aufmerksam geworden auf die Praxis durch YouTube. Ich habe mich dann, nachdem das alles passiert ist, sehr damit auseinandergesetzt und auch andere Zahnärzte infrage gezogen. Aber Dr. Braukmann hat mich sofort überzeugt und ja, für mich war das klar, dass ich das Problem hier beheben lassen werde. Da habe ich schon direkt gesehen, dass das was Professionelles ist, was anderes. Da wird anders gearbeitet und habe direkt einen Termin vereinbart, bin da hingefahren. Ja, also der erste Termin hier in der Praxis bei Dr. Braukmann ist so verlaufen. Ich habe telefonisch einen Termin vereinbart. Ja, wurde freundlich aufgenommen vom Team. Das muss man ja wirklich sagen. Also sind alle super kompetent hier. Herr Dr. Braukmann hat mich freundlich begrüßt und wir haben uns mein Problem angeschaut. Herr Dr. Braukmann hat sich dann ein wenig Zeit genommen und hat überlegt, wie er mir helfen kann. Ja, und das teilte er mir dann mit, wie wir das Problem beheben können. Ja, und darauf bin ich auch direkt eingegangen. Und ja, somit haben wir das Problem dann endlich lösen können. Bei dem ersten Behandlungstermin haben wir die alten Kronen abgenommen. Es wurde eine Zahnfleischkorrektur noch vorgenommen. Dann wurden die Zähne soweit nochmal bearbeitet, weil das wohl auch nicht so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen. Dann wurde ein Provisorium draufgesetzt, damit das alles erstmal verheilen kann und sich beruhigen kann, auch vom Zahnfleisch her und so weiter. Nach der Wartezeit mit dem Provisorium kamen dann die neuen Kronen drauf. Ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden. Also besser hätte es gar nicht laufen können. Und ich empfehle jedem diese Praxis hier. Also Dr. Braukmann und das ganze B-Plus-Team. Ich war am Boden zerstört, wo das damals passiert ist, also letztes Jahr. Besser hätte man mir nicht helfen können. Und ich empfehle jedem diese Praxis zu besuchen, gerade wenn es um Schönheitskorrekturen geht. Sind sie super aufgehoben. Also ganz ehrlich, für mich kommt kein anderer Zahnarzt mehr infrage.